So, hallo und herzlich willkommen zu SkyWise Minecraft Survival Mit Musik Sperr, 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 Sperr Hmm... Mhm Das war's. 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 Gut. Das war's. 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 Yeah. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Was haben wir. Das war's. 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 So. Das war's. 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 Schön Was ist jetzt? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Gute! 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 Musik Musik Gute Nacht So Äh Grün Glas Jetzt fahrt Kacklust rein Wo haben wir? Gut So ein Geschwindigkeitstronk Musik Das waren nicht viele Sachen Musik 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 Also wenn das mal kein grünes Haus ist, boah, gefällt mir Jetzt fangen wir noch ein grünes Bett Also ähm, die Fackeln müssen hoch Da haben wir noch Karten Karten und kein Holz Holz, Holz, Holz Dschung Holz natürlich Karten und einfacher Immer mehr Mais In chewing Karta Ich веч Ich schwanz Tipptopp, äh, Fackle obendrauf, hier sind irgendwelche Monsterspawne hier. Oh, da fehl ich noch, gut kann ich noch dabei, gut, die Meck ist nichts zu haben, gut, gut, tipptopp, gut, das ist doch mal ein grünes Haus. Und wenn da da die Dingle annehmen, oder wie die immer heissen, runtergewachsen sind, sieht es noch einmal umso gut, auch noch besser aus. So, da ist auch gut, tipptopp, jetzt will ich hier an der Digital-Anzeige wieder weitermachen, das ist nämlich, glaube ich, schon V105. Gut, ja, das ist gut. Also, das Glas kommt ins Glashaus, die Farbe kommt ins Farbhaus und die Steine haben wir geschweinen hier. Und wir sind langsam... Keine Geschwindigkeit zu dranken mehr. Kein Platz mehr. Gläser können wir nehmen. Das können wir hier haben. Was können wir mal Temperatur rein haben. Was können wir immer brauchen. Ah, ist voll. Gut. Wir machen mal ein paar Geschwindigkeitstränke. Zucker, das und das. Taufer Gläser. Taufer Gläser. Eins, zwei, drei. Und... Eins, zwei, drei. Und das. Eins, zwei, drei und das. Gut. Da kommt die Zocktredina. Okay. So. Got this. Ah so hope her. So. Dann haben wir jetzt ein dritte Flash. So. Gut, relativ schnell. Jetzt haben wir einen automatischen Braustand gemacht, aber ist gar nicht nötig, wenn man drei hat. Und das ist gar nicht nötig. Das ist gar nicht nötig. Das war's. Das war's. Das hier. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Schlafen. Machen wir das grüne Haus noch fertig. So, weiss, fein und grün ins Bett. Dann brauchen wir weisse Wolle, die wir hier in der Schere haben. Tiptop. Das müsste ich reinge. Gehört. Äh, Wolle färben. Wo ist jetzt unsere Farbe? Die Dinge hinnehmen. Falschen Orte. So, eigentlich, gell. So. Machen wir das hellgrün, oder? Dann gucken wir ihn. Ich glaube, hellgrün. So. Hmm. Ach. Ach. Schöne. gut. Gut. Ein grünes Bett. Das grüne Haus. Mal so. So. Dann würde ich sagen, ist das, glaube ich, fertig, oder? Fällt noch etwas? Das Dach ist da. Müsst man halt mal schauen, wenn es regnet. So. Wie das Foss aussieht. Ja. Die Arne kommen runter. So. 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 Bis zum nächsten Mal.